Schwimmsport bezeichnet die Ausübung des Schwimmens als sportliche Disziplin. In seiner Grundform wird der Schwimmsport als Wettkampf mehrerer Teilnehmer gegeneinander um die Bewältigung einer vorgegebenen Schwimmstrecke in kürzestmöglicher Zeit ausgetragen, oder auch ohne Zeitdruck zur Verbesserung des eigenen Schwimmstils. Geschichte des Schwimmsports Zahlreiche Forscher haben sich in der Vergangenheit mit der Frage nach der Entwicklung der modernen Schwimmtechniken auseinandergesetzt. Bereits 1696 erschien in Paris Latinaga von Malky Zedek Tiffenot. Aufgrund dieses Buches wurde in Frankreich lange Zeit die Technik des Brustschwimmens bevorzugt. 1798 brachte Johann Christoph Friedrich Gutsmuth sein Schwimmkunstbuch heraus, das dann als wegweisend für die späteren Versuche der Hallenser Halloren angesehen werden kann, das Schwimmen lernen zu methodisieren. Da die Halloren festgestellt hatten, dass man in der stark salzhaltigen Sohle leichter schwimmen konnte, war der Weg zur technisch umsetzbaren Motorik der im Schwimmbuch sehr schematisch beschriebenen Bewegungen geebnet. Die gliederpuppenhaften Bewegungen, die Gutsmuth darstellte, waren ihrer Ausprägung nach jedoch kaum geeignet, einen brauchbaren Schwimmstil zu entwickeln. Das moderne Wettkampfschwimmen entwickelte sich um 1837 in den Hallenbädern Londons. Geschwommen wurde entweder Brust- oder Seitenschwimmen. Im Jahr 1895 schwamm der Engländer J. H. Tyersch im Seitenstil die 100 Jatz in 1 Uhr 2, 50 Minuten. Bis in die 1950er Jahre war das Brustschwimmen, das meist als erste Technik erlernt wird, die einzige Schwimmart, für die genaue Regeln festgelegt waren. Sir John Arthur Tryon entwickelte 1873 in England das Hand-über-Hand-Schwimmen, das daraufhin Tryon genannt wurde. Die Arme wurden aus dem Wasser nach vorne geführt, ähnlich wie beim Seitenschwimmen. Nur wechselte man stets von einer auf die andere Seite und führte zusätzliche Scherenbeinschläge aus. Der australische Schwimmer Fred Eric Lane tratschte im Jahr 1901 die 100 Jatz in 1 Uhr 0 Minuten. Statt des unharmonischen Trudgens wandte der Australier Richard Cavill die flüssigere Technik der indigenen Bevölkerung der Salomonen an. Diese kombinierten den Kraul-Beinschlag mit dem beidseitig abwechselnden Überwasser-Armzug. Cavill erreichte mit diesem australischer Kroll-genannten Stil 1902 über 100 Jatz eine Weltrekordzeit von 58,4 Cs. 1934 fand David Armbruster Trainer an der University of Iowa, dass beide Arme beim Brustschwimmen auch über Wasser nach vorne zurückgeführt werden konnten. Dieses Schmettern erhöhte die Schwimmgeschwindigkeit, kostete aber mehr Trainingsaufwand und Kondition. 1935 schwamm Jack Sieg ebenfalls von der University of Iowa auf der Seite, mit den Beinen wie mit einem Fischschwanz schlagend. Er konnte das schließlich auch auf dem Bauch. Armbruster und Sieg kombinierten das Schmettern der Arme und den Beinschlag und schufen damit den Anfangs Butterfly, genannten Schwimmstil. Mit zwei Beinschlägen bei jedem Armzug schwamm Sieg damals die 100 Jatz in 1 Uhr. Zwei anderen Angaben zufolge war es 1935 ein Amerikaner namens Breidenthal, der diesen Stil erstmals schwamm. Das zunächst als regelwidrig betrachtete Schmetterlingsbrustschwimmen wurde erst im Jahre 1953 als eigene Wettkampfschwimmert legalisiert. Schwimmwettkämpfe Schwimmen gehört seit den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit zum Olympischen Programm. Bei den zweiten Olympischen Spielen 1900 in Paris wurden ein Hindernisschwimmen, ein Unterwasser aus Dauerschwimmen und ein 4000 Meter Schwimmen veranstaltet. Bis auf das Letztere wurden diese Wettkampfformen später nicht mehr durchgeführt. Bei den Olympischen Spielen 1912 durften erstmals Frauen im Wettkampf mitschwimmen. Seit 1973 finden offizielle Schwimmweltmeisterschaften statt. Gemeinhin werden Schwimmwettkämpfe nach dem Regelwerk des Internationalen Schwimmverbands Federation Internationale Denatation ausgetragen. Austragungsort Austragungsort sind für Strecken bis 1500 Meter Schwimmbecken, die die verschiedenen Anforderungen erfüllen hinsichtlich Bahnenlänge, Bahnenbreite, Wassertiefe sowie Wassertemperatur. Die Bahnen werden durchlein, die die Wellen von den benachbarten Bahnen abhalten sollen, von den Schwimmern oft Wellenkillerleinen oder Wellenbrecher, genannt, voneinander. Getrennt Die Leinen haben verschiedene Markierungen. Im 5-Fern-Bereich vor jeder Beckenwand in der Mitte und jeweils bei 15 Meter. Auf dem Boden befindet sich zudem häufig in der Mitte einer jeden Bahn ein etwa 25 cm breiter schwarzer Strich. Der 2 Meter vor dem Beckenende ein Tee ausbildet und dem Schwimmer hilft, sich zu orientieren. Des Weiteren hängen über dem Becken noch weitere Leinen. 5 Meter vor jeder Beckenwand befindet sich eine Fähnchenleine, um den Rückenschwimmern anzuzeigen, dass die Wand natt. Zusätzlich gibt es noch die Fehlstartleine, die 15 Meter vom Start entfernt hängt. Diese wird ins Wasser gelassen, wenn Schiedsrichter oder Starter auf Fehlstart erkennen. Für Wettkämpfe werden sowohl Hallen als auch Freibäder genutzt. Im Allgemeinen wird in Süßwasserbecken geschwommen, doch gibt es noch vereinzelt Salzwasserbecken, in denen Wettkämpfe ausgetragen werden. Strecken geschwommen werden streckengemäß den Regularien, die meist ein Vielfaches von 100 Meter Abschnitten sind. 100 Meter, 200 Meter, 400 Meter, 800 Meter, 1500 Meter und 5000 Meter sowie die 50 M Distanz als Sprintstrecke. Beim Langstreckenschwimmen kommen Strecken zwischen 5 und 25 Kilometer hinzu, die meist in offenen Gewässern ausgetragen werden. Neben Einzelwettkämpfen finden auch Staffelwettkämpfe statt, wobei hier ausschließlich vier R-Staffeln geschwommen werden. International gibt es Staffelwettbewerbe über 4x50 Meter, 4x100 Meter und 4x200 Meter. Bahnen es wird unterschieden zwischen der 25 M Kurzbahn und der 50 M Langbahn, wo für jeweils unterschiedliche Weltrekordlisten geführt werden. In Wettkämpfen stehen sich maximal so viele Schwimmer gegenüber, wie Bahnen im Schwimmbecken vorhanden sind. Ausnahmen gibt es über 1500 Meter, 800 Meter und 400 Meter Freistil, wo in kleineren Wettkämpfen zwei Schwimmer pro Bahn antreten können. Für ein Wettkampfbecken sind regulär acht Bahnen vorgesehen. Bei Ausscheidungswettkämpfen werden daher mehrere Läufe ausgetragen, in denen die Schwimmer jeweils an der nächsten Ausscheidungsstufe teilnehmen dürfen, wenn sie die nach dem Reglement erforderten Platzierungen erreicht haben. Der schnellste gemeldete oder qualifizierte Schwimmer startet immer auf der Bahn 4, der zweitschnellste Schwimmer folgt auf der Bahn 5. Weiter geht es dann über die Bahnen 3, 6, 2, 7, 1 bis zur Bahn 8, auf der der langsamste Schwimmer des Laufes schwimmt. Bei Wettkämpfen sind die Bahnen 4 und 5 meist von gelben Leinen eingefasst, um die beiden stärksten Schwimmer zu kennzeichnen. Start Die Schwimmer starten nach dem Startsignal von den erhöhten Startblöcken ihrer Schwimmbahn am Beckenkopf durch einen Startsprung in das Wasser hinein. Bei einem Fehlstart werden diejenigen Schwimmer nach dem Rennen disqualifiziert, die den Fehlstart ausgelöst haben oder zu früh abgesprungen sind. Bei Staffeln spricht man außer beim ersten Schwimmer von fliegenden Wechseln. Der Folgeschwimmer darf maximal dreihundertstel Sekunden vor dem tatsächlichen Anschlag des Vorschwimmers starten. Da bei fliegenden Wechseln die Reaktionszeit wegfällt, sind Staffelschwimmer oft ein wenig schneller unterwegs als in einem Einzelwettkampf. Hier geschwommene Zeiten werden mit Ausnahme der Zeit des Startschwimmers nicht als Einzelrekorde anerkannt. Staffelrekorde gelten für ab dem Start gerechnete Strecken, sofern die Staffel den Wettkampf ordnungsgemäß beendet. So können die ersten vier Schwimmer einer 10x100 im Freistil-Staffel auch einen Staffelrekord über die 4x100 Meter schwimmen. Schwimmen die Technik der Fortbewegung ist durch die Benennung der Wettkampfschwimmart vorgegeben und unterliegt differenzierten Definitionen der Regelwerke. Es werden so viele Bahnen geschwommen, wie die vorgegebene Strecke es erfordert. Hierbei vollführt der Schwimmer an jedem Bahnende eine Wende im Wasser und schwimmt in der Gegenrichtung wieder zurück. Bei den Strecken 800 Meter und 1500 Meter Freistil werden die Bahnen für jeden Schwimmer gezählt und angezeigt, teilweise sogar mit Displays unter Wasser. Zusätzlich muss der Wenderrichter ab Freistil-Strecken über 800 Meter durch akustische Signale dem Schwimmer deutlich machen, wenn noch zwei Bahnen und fünf Meter zu schwimmen sind. Damit wird diese Praxis auf Kurz- und Langbahnen vereinheitlicht. Technische Übungen im Schwimmen führen zu einer Optimierung der Schwimmlagen, was sich in einer verbesserten Körperkontrolle im Wasser darstellt. Gleichzeitig beugt man Verletzungen im Sport vor. Durch verschiedene Übungen kann man seine Wasserlage, seine Arm- oder Beinbewegungen, bzw. allgemeine Koordination des Körpers, die Körperspannung und das richtige Atmen erlernen. Wichtig dabei ist das Einhalten von Pausen zwischen den einzelnen Übungen und deren Wiederholungen. Die Länge der Pausen wird bestimmt durch die Häufigkeit und die Art der Übung, die man macht. Jede Übung hat ihren eigenen Schwierigkeitsgrad bezüglich Kraft, Koordination und Flexibilität. Je anspruchsvoller die Übung ist, desto mehr Fähigkeiten müssen gleichzeitig abgerufen werden. Von daher ist eine individuelle, angepasste Pausengestaltung wichtig. Mittels Hilfsgegenständen, Z, B, Pedels oder Flossen, können Kraftaufwand und Wasserlage deutlich innerhalb bestimmter Übungen verändert werden. Pedels ermöglichen ein besseres Wassergefühl bezüglich Zug- und Druckphase eines Armzuges. Flossen vermitteln ein besseres Bewegungsgefühl für den Beinschlag. Im Wettkampf sind sie nicht erlaubt. Mit Hilfe von Schwimmbrittern können die Bein- und mit Pulbuäus die Armmuskulatur separat trainiert werden. Die Zeit wird in dem Moment gestoppt, in dem der Schwimmer die Wand berührt. Bei Staffeln werden die Zwischenzeiten nach jedem Staffelschwimmer sowie die Endzeit genommen. Bei großen Wettkämpfen wird meist elektronisch gemessen, die Anschlagmatten reagieren dabei schon auf die geringste Krafteinwirkung. Zusätzlich werden die Zeiten von immer mindestens einer Person pro Bahn manuell erfasst. In Zweifelsfällen wertet das Zielgericht den Zieleinlauf. So kann es vorkommen, dass Athleten mit identischer Zeit verschiedene Platzierungen erhalten. Wenn das Zielgericht die Anschlagreihenfolge erkennen konnte, liegt eine einwandfrei registrierte elektronische Zeit vor, so ist diese die amtliche Zeit und wird nicht geändert. Der Zielrichterentscheid kommt nur zum Tragen. Wenn es keine fehlerfreien elektronischen Zeiten gibt und der festgestellte Einlauf den von Hand gestoppten Zeiten widerspricht, Wesentlich für hohe Geschwindigkeiten im Schwimmsport ist ein optimales Gleiten. Lange Zeit waren textile Stoffe in den Gleiteigenschaften der menschlichen Haut unterlegen, so dass besonders kurz geschnittene Bekleidung bevorzugt wurde. Eine Rasur der Körperbehaarung wurde und wird zusätzlich eingesetzt. Kopfhaare werden unter Badekappen verborgen, die im Wettkampfbereich aus Latex oder Silikon bestehen. Die glatte Oberfläche dieser Materialien hat relativ gute Strömungseigenschaften. Falten der Kappe werden bei sogenannten 3D-Kappen durch deren Form und Schnitt vermieden. Eine moderne Alternative stellen mit kunststoffbedampfte Stoffkappen dar. Inspiriert von den guten Strömungseigenschaften der Haut eines Haifisches wurde durch den Hersteller Spido eine technologische Evolution der Bekleidung angestoßen. Dies ermöglichte erstmals bessere Strömungseigenschaften als menschliche Haut, ohne dabei zusätzlichen Auftrieb zu erzeugen, der im Wettkampfbereich nicht erlaubt ist. Im Zuge der technischen Entwicklung wurden damit Schwimmanzüge entwickelt, die im Wesentlichen in Short Skin, Leg Skin, Body und Full Body unterteilt werden. Ein optimales Gleiten wird mit textilen Anzügen erst erreicht, wenn sie sehr fest am Körper sitzen. Dieses Zusammenpressen kann zu Abschnürungen führen, so dass nur bei kurzen Schwimmdistanzen extrem enge Anzüge getragen werden und einige Schwimmer auch auf die Bedeckung des Oberkörpers verzichten. Die Kompression des Körpers durch extrem eng anliegende Anzüge kann zwar einerseits als hinderlich empfunden werden, aber kann andererseits Muskelkontraktion und Relaxation unterstützen. Aus dem Tauchsport und dem Triathlon war bekannt, dass Neoprenanzüge ausgesprochen gute Gleiteigenschaften haben. In diesen Sportarten ist die Verwendung von auftriebsfördernden Materialien teilweise erlaubt, so dass Neopren nicht nur zur Wärmedämmung, sondern auch wegen des Auftriebs eingesetzt wird. Erst die technologische Entwicklung eines extrem dünn aufgetragenen Neoprenmaterials mit vernachlässigbarem eigenen Auftrieb ermöglichte die Verwendung derartiger Materialien im Schwimmsport, wo sie durch ihre überragenden Gleiteigenschaften andere Materialien verdrängten. Dies führte zu einer großen Masse an neuen Rekorden auf allen Wettkampfstrecken. Kritisch muss betrachtet werden, dass durch die luftundurchlässigen Materialien Lufteinschüsse ermöglicht werden, die zusätzlichen Auftrieb bringen. Aus diesem Grund wurde 2009 vom Internationalen Schwimmverband FINA das Tragen von zwei Anzügen übereinander verboten. Dies schließt auch eine einfache Badehose unter einem solchen Hightech-Anzug ein. Die Wahl einer geschwindigkeitsfördernden Bekleidung im Hochleistungsschwimmsport erreichte eine zunehmende Aufmerksamkeit. Herstellerfirmen erarbeiteten immer wieder neue Verbesserungen am Material und Zuschnitt der Schwimmkleidung. Dies führte zu einer Diskussion um die Notwendigkeit einer Reklementierung der Hightech-Schwimmanzüge durch die FINA, da die richtige Kleidung zunehmend wettbewerbsrelevant geworden war. Und schließlich zu einem kompletten Verbot der Schwimmanzüge in ihrer bisherigen Form. Die FINA legte fest, dass ab 2010 die Schwimmbekleidung bei Wettkämpfen nicht mehr länger als Kniehöhe sein darf. Außerdem dürfen die Männer keine Bekleidung tragen, die den Oberkörper bedeckt. Reißverschlüsse sind verboten. Schwimmstile Als Schwimmstil bezeichnet man die spezielle Art oder Technik, in der geschwommen wird. Die heute bekanntesten modernen Schwimmstile sind Brustschwimmen, Kraulschwimmen, Rückenkraulen und Schmetterlingsschwimmen. Das Lagenschwimmen ist eine Kombination dieser vier Schwimmstile. Dabei beginnt man mit Delfin, dann folgt Rücken-, Brust- und Freistil. Wird jedoch in einer Staffel geschwommen, so ändert sich die Reihenfolge in Rücken-, Brust-, Schmetterling-, Freistil. Das Freistil Schwimmen lässt die Schwimmart offen. Ältere und seltener geschwommene Stile sind das Seitenschwimmen und Altdeutschrücken. Manchmal wird auch das Tauchen als Schwimmstil bezeichnet. In Japan gibt es im Rahmen der Samurai-Tradition eigene japanische Schwimmstile. Beim Rettungsschwimmen werden mehrere Techniken unterschieden. Geschwindigkeiten Die folgenden Werte basieren auf den aktuellen Langbahn-Weltrekorden der Männer auf der jeweiligen 100m-Strecke. Breitensportler sind ca. nur halb so schnell und Geübte können noch deutlich langsamer sein. Weitere Schwimmsportarten Um die Basis des Streckenschwimmens herum wurde der Schwimmsport weiter ausdifferenziert mit spielerischen und technischen Disziplinen wie dem Aquaball Wasserball Unterwasser Rugby Unterwasser Hockey Kunst- und Turmspring Synchronschwimmen Flossenschwimmen Freiwasserschwimmen Langstreckenschwimmen Rettungsschwimmen Kleiderschwimmen Winterschwimmen Watsu und Warta Wassergymnastik Tauchen Militärschwimmsport Für Wettkämpfe beim Tauchen ist Schwimmen eine Grundlage in den Sportarten Triathlon und moderner Fünfkampf eine Teildisziplin. Schwimmen und Gesundheit Schwimmen wird zu den gesündesten Freizeitbetätigungen gezählt und gilt auch als Sportart mit geringem Verletzungsrisiko. Durch den statischen Auftrieb im Wasser wird der Körper unterstützt und die Belastung für die Gelenke und Knochen deutlich verringert. Dies lässt Bewegungen zu, die bei Betätigungen außerhalb des Wassers wegen der Belastungen und der Gleichgewichtshaltung unterlassen werden. Das Herz wird bei mäßiger Bewegung entlastet, da der Wasserdruck den venösen Rückstrom erleichtert. Darüber hinaus wirkt die Wassertemperatur anregend auf den Kreislauf. Beim Schwimmen werden fast alle Muskeln beansprucht, wobei die Arme und der Oberkörper stärker trainiert werden. Allerdings hängt die Verteilung auch vom jeweiligen Schwimmstil ab. Schwimmen ist eine aerobe Tätigkeit, bei der die Muskeln konstant mit Sauerstoff versorgt werden. Schwimmen ist für Menschen in jedem Lebensalter geeignet. Für kleine Kinder gibt es spezielle Angebote, bei denen sie das Schwimmen lernen können, das sogenannte Baby-Schwimmen. Das heilpädagogische Schwimmen nutzt die positiven Effekte des Schwimmens bei der Förderung behinderter Menschen. Organisation des Schwimmsports Weltweiter Dachverband für den Schwimmsport ist die Federation Internationale Denatation Amateur, die 1908 gegründet wurde. Die europäischen Verbände sind in der LEN zusammengeschlossen. In Deutschland haben sich die Schwimmsport treibenden Verbände Deutscher Schwimmverband, Deutscher Turner Bund, der Verband Deutscher Sporttaucher, der Bundesverband Deutscher Schwimmmeister, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft sowie die Was erwacht im DRK und der Arbeiter Samariter Bund im Bundesverband zur Förderung der Schwimmausbildung zusammengeschlossen. Ein Liegenbetrieb wird durch den Deutschen Schwimmverband ebenfalls organisiert. Dieser nennt sich Deutsche Mannschaftsmeisterschaften Schwimmen. In der Schweiz haben sich die am Schwimmsport interessierten Verbände und Institutionen zur Vereinigung Schwimmsports.ch, ehemals Interverband Schwimmen Schweiz, zusammengeschlossen. Im weiteren sind Vereine, die eine oder mehrere der vier olympischen Schwimmsportarten ausüben, im Schweizerischen Schwimmverband zusammengeschlossen. Rettungsschwimmen wird innerhalb der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft mit ihren lokalen Sektionen ausgeübt. Bekannte Schwimmer Eine umfangreiche, ab 1965 geführte Liste von international herausragenden Schwimmsportlern, gegliedert nach Wettkampfbereichen, ist in der Aufzeichnung der Ruhmeshalle des internationalen Schwimmsports enthalten. In dem betreffenden Wikipedia-Artikel sind zudem für den deutschsprachigen Bereich die Mitglieder Deutschland und die Mitglieder Österreich separat aufgeführt. Beim Stand von 2016 sind Schwimmwettbewerbe aktuell von Sportlern der USA und Australien dominiert. Der erste Schwimmstar der USA war Johnny Weissmüller, der als erster Mensch die 100-Meter-Strecke in weniger als einer Minute bewältigte und später auch als Tarzan-Darsteller bekannt wurde. Michael Phelps brach in Peking 2008 mit acht Goldmedaillen den Rekord von Marc Spitz, der bei den Olympischen Spielen 1972 in München sieben Goldmedaillen errang. Zudem ist Phelps mit insgesamt 22 olympischen Medaillen der bislang erfolgreichste Olympionike. Die bekanntesten australischen Schwimmer sind die Antwerp und Grand Hackett. Die besten österreichischen Schwimmer sind derzeit Mirna Jukic, Dinko Jukic und Markus Rogen. Nicht zu vergessen sind die deutschen Ex-Schwimmer Hans Fasnacht, Michael Groß, Franziska van Almsig. Die deutsche Doppel-Olympiasiegerin und mehrfache Europameisterin Britta Steffen und Paul Biedermann, mehrfacher Weltrekordler, Weltmeister und Europameister. Der 1901 in Magdeburg geborene Erich Rademacher stellte zwischen 1920 und 1927 Weltrekorde auf und konnte neben einer Vielzahl von Schwimmwettkämpfen auch bei Wasserballwettbewerben Siege mit seiner Mannschaft erzielen. Siehe auch Liste der Olympiasieger im Schwimmen Liste der Schwimmweltrekorde Badeunfall Badetod Badebekleidung Badekappe Schwimmbrille Badelatschen Wassersport Badetod 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 Badetod